Musik Eine Krähe sieht in der Luft ihre Kreise und sieht hoch oben auf einem Baum eine andere Krähe sitzen. Die Krähe fragt sich, was machst denn du da? Nix, die schauen nur dumm. Die Krähe denkt sich, gar nicht schlecht und lässt sich neben ihrer Artgenosse nieder. Kommt ein Fuchs, zieht die Krähe auf den Baum und fragt, was machst denn ihr da? Nix, wir schauen nur dumm, denkt sich der Fuchs. War nicht schlecht, das mach ich auch. Und setzt sich unter den Baum. Kommt ein Hase daher und sieht die drei. Was machst denn ihr da? Nix, wir schauen nur dumm, sagen alle drei im Vogel. Der Hase denkt sich, das schaut gut aus. Das mach ich auch. Und schon sitzt er neben dem Fuchs. Da kommt ein Jäger, sieht den Fuchs und den Hasen, reißt das Gewehr von der Schulter, zielt. Peng, peng. Die Krähe und der Fuchs und der Hase liegen tot unter dem Baum. Die Krähe schauen mitleidig auf die zwei hinunter. Sagt die eine, ja, ja, da siehst du es wieder. Fürs Nix tun und dumm schauen, muss man schon in der hohen Position sein. Ja, grüß, die Gottfrödel von der Rau. Ja, lieb's denn, du auch noch schau, schau. Mein Bruder, wie geht's auch nicht vor gut. Weil alles so teuer wird gut. Und immer, und immer, und immer, und Wolle wird schon immer, und Hinter der Rollerei wird. Und am erstens, ein und ein. Wann schaut für uns, nicht 50 und groß. Da ist für uns Bauern gar groß. Denn da kommen wir noch alle bei mir. So in die Orden kommen auch noch hier. Die Schmied und die Wungen, die Kappen und Brungen und Zunst oder Teigischloch da. Wir hauen sie dann, Bauerns Mut raus.